so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die golden emotion vergo vergo golden emotion aus der zodiac line von pyro trade das ist wieder eine batterie die lennart gesponsert hat vielen dank dafür kanal ist jetzt gerade rechts oben reingeploppt ja in dem kann ich ja gerade gar nicht in der ach doch natürlich ich bin auch dumm 206 89 gramm ist eine schöne gold batterie von pyro trade und gekauft bei röder und die werden wir jetzt testen jetzt gehen wir jetzt die gold emotion von pyro trade auf solide jungen ist sie da an der seite ja hallo das nur noch ach so ok Eben. Danke. Boah. Heute hier ist... Too much. Was? Digger, was kommt denn aus der raus? Wie viel Euro? 2.15 Autos? Ja, die ist extrem günstig. Alter, kaufen! 1. 2. 7 8 7 10 15 14 15 15 17 Bis zum nächsten Mal.